Heute möchte ich dir einen Roman vorstellen, in dem auch du dich unverwechselbar wiederfinden wirst, obwohl dieser bereits über 100 Jahre und mehrere tausende Kilometer vom jetzigen Zeitpunkt entfernt ist. Es geht um die USA-Trilogie von John Dos Passos. Wenn du dich für Bücher und Literaturthemen interessierst, dann lohnt es sich, diesen Kanal zu abonnieren. Wer ist eigentlich John Dos Passos? Er war ein US-amerikanischer Schriftsteller, geboren 1896 und gestorben 1970 und gilt als einer der Hauptvertreter der US-amerikanischen Moderne. Ja, wenn man sogar nach dem US-amerikanischen Autor Sinclair Lewis beurteilt, hat Dos Passos mit Manhattan Transfer den bedeutendsten Roman der literarischen Moderne überhaupt geschrieben. Dos Passos verfasste zu Lebzeiten über 40 Romane. Manhattan Transfer, erschienen 1925, ist aber höchstwahrscheinlich sein bekanntestes Werk und kann grundsätzlich als eine Mini-Ausgabe der USA-Trilogie bezeichnet werden. Die USA-Trilogie besteht ebenso aus drei Teilen, ist aber sowohl vom Umfang als auch vom Erzählraum her wesentlich ambitionierter gefasst. Man sieht es ja schon am Buch selbst. Man kann hiermit sein Bizeps-Training schon mal abgeschlossen haben für die Woche. Das Buch hat lockerflockige 1600 Seiten insgesamt. Es besteht aus drei Teilen, diese heißen der 42. Breitegrad, 1919 und das große Geld. Die Bücher sind am Anfang des 20. Jahrhunderts, also respektive in den Jahren 1930, 32 und 36 erschienen, wurden jedoch danach kollektiv als USA-Trilogie bezeichnet, gebündelt und auch veröffentlicht. Auch im Inhaltlichen ähneln sich die drei Romane insofern, dass stilistisch und thematisch eben über das amerikanische Wesen oder die amerikanische Seele berichtet wird. So nimmt Dos Passos Figuren, die gegebenenfalls als herkömmlich, alltäglich oder eben als 0815-Personen bezeichnet werden können und vereint diese dann in einem großen amerikanischen Porträt. Genau deswegen kann sich eigentlich fast jeder Lesende in diesem Roman wiederfinden, auch wenn er oder sie noch nie US-amerikanischen Boden betreten hat, denn Tom, Dick und Janie, wie es so schön heißt, sind auch Klaus, Michael und Sebastian. Deswegen wird es kaum einen Leser überraschen, dass man sich eventuell erst im Jahre 1899 oder im Jahre 1919 befindet, wie der Titel des zweiten Buches so schön heißt, und merkt, diese Figuren lösen in mir eine gewisse Resonanz aus, eine gewisse Sympathie oder auch Antipathie, denn meine These für die USA-Trilogie ist auch, dass hier jeder und jede Lesende eine Sympathiefigur und eine Antipathiefigur finden wird. Wir schauen uns gerade mal das Buch von außen an. Die Taschenbuchausgabe im Rowold Verlag erschienen, ähnelt dem Hardcover, welches bereits im letzten Jahr das Tageslicht gesehen hat. Wir sehen hier ein Luftschloss. Es ist relativ klar, eine Spitze, die sich in den Wolken befindet. Ob das jetzt nun das Luftschloss der individuellen Ambitionen ist oder ob es sich um einen Wolkenkratzer handelt, klar ist, dass in diesem Roman der, in Anführungszeichen, American Dream ganz vorne mitspielt und grundsätzlich bei allen Hauptcharakteren auch in der Mitte ihres Tuns und Denkens ist. Nur besteht die USA-Trilogie gar nicht so sehr aus Charakteren oder aus Menschen mit einem sehr ausgearbeiteten Lebenslauf. Ja, hier sind diejenigen stilistischen und kompositorischen Mittel angewandt worden, die eben auch in Manhattan Transfer zu finden waren. Das bedeutet, die Trilogie besteht aus Fragmenten, aus Porträts, aus kurzen Facetten und danach erst aus Protagonisten und Protagonistinnen. Es ist nämlich erstmal eine längere Angelegenheit, die Komposition der USA-Trilogie überhaupt auseinanderzulegen. Das möchte ich aber auch tun, sodass du dann nachher weißt, ob dieses Buch etwas für dich ist oder nicht. Wenn du das gut findest, Daumen hoch für dieses Video. Zu loben ist auch die sehr üppige Leseprobe, die auf der Seite des Rowold Verlags zur Verfügung gestellt wird. Sie geht bis zur Seite 166. Wenn man bedenkt, dass die Gesamtausgabe aus 1600 Seiten besteht, ist das natürlich wiederum eine nicht mehr so großzügige Leseprobe. Andererseits dient sie eben wirklich dazu, einen fairen und detailgetreuen Eindruck von dem Buch zu gewinnen. Ich zeige euch gerade mal das Inhaltsverzeichnis, sodass auch hier ein Gesamtbild dessen entsteht, was dos Passos eigentlich erzielen wollte. Ich erkläre es euch direkt. Das Buch besteht eben aus Kapiteln, die mit das Auge der Kamera bezeichnet werden. Diese Kapitel sind grundsätzlich als Bewusstseinsstrom verfasst. Sie gleichen eben sehr dem Filmischen, dem Collage-Stil von Manhattan Transfer und bestehen aus kleinen Augenblicken, die zwar aus individualistischen Innenperspektiven geschildert werden und auch sehr interessante Fragmente der US-amerikanischen Landschaft schildern. Allerdings handelt es sich hierbei um klitzekleine Momente, die grundsätzlich nichts miteinander zu tun haben, außer dass sie eben von Figuren stammen, die alle dieser großen Idee, diesem großen Land dazugehören. Insofern könnte man auch sagen, man fährt einfach durch Deutschland im ICE von Berlin nach München und schnappt Gesprächsfetzen auf. Nur, dass diese Gesprächsfetzen zu einer mit Krisen bestückten Umbruchszeit aufgefangen werden, in der Krieg, Ausländerfeindlichkeit, der Traum von einer eigenen Karriere, kommerzielle Slogans, laute Rufe von Kindern und im Zug herumlaufenden Verkäufern durcheinandergeworfen werden. Also nicht wirklich anders von einer Fahrt im ICE von Berlin nach München, von der momentanen Maskenpflicht mal abgesehen. Wer aber wirklich an US-amerikanischer Geschichte interessiert ist, der darf sich den anderen Kapiteln wenden, die ebenso sehr kurz gefasst worden sind, aber kohärente Figurenportraits beinhalten. Diese strecken sich ebenso durch alle drei Romane hindurch, und bilden ein, ja, man könnte sagen, idealistisches Sammelsurium an wahren amerikanischen Helden, die entweder die Wirtschaft, das Showbusiness oder auch politische Aspekte des Staates und seiner Entwicklung vorangebracht haben. Zum Beispiel wird hier gesprochen von Henry Ford, von Thomas Edison, von Theodore Roosevelt, oder aber auch von Isadora Duncan oder von Rudolf Valentino. Also es sind normalerweise fünf- bis fünfzehnseitige Biografien, die das Leben der Person vom Anfang bis zum Ende zusammenfassen, allerdings dann eben ihre wichtigsten Errungenschaften und die Highlights in ihrem persönlichen Leben bündeln. Insofern kann man die USA-Trilogie schon als eine kleine Anthologie amerikanischer Figuren bezeichnen, ohne überhaupt die Romane angefasst zu haben, also den Romanteil in diesem Roman. Denn schon kompositorisch ist hier einiges an Komplexitäten hervorzuheben. Und wir waren noch nicht beim räumlichen und wir waren noch nicht beim geografischen Teil. Doch hierzu kommen wir dann auch gleich als nächstes. Ebenso ein sehr interessanter und in kurzen Kapiteln gefasster Teil ist die Wochenschau, die ebenso alle drei Romane durchdringt. Und zwar ist diese in Wochen gegliedert, mit römischen Zahlen bestückt. So, dass man auch beim Zählen, beim Rechnen und beim Mithalten mit diesen Komplexitäten wirklich fast keinerlei Probleme hat. Ich möchte euch das auch sogar kurz vorführen, denn sowohl der Teil, das Auge der Kamera, was wir auf dieser Seite sehen, hat eine eigene Schriftart und ist auch sofort visuell von den anderen Teilen zu unterscheiden. Hier sehen wir noch einmal den Teil die Wochenschau und direkt danach beginnend ein sozusagen normales Kapitel. In der Hinsicht finde ich, dass diese Neuausgabe unglaublich angenehm zusammengestellt worden ist, denn angesichts der Seitenzahl und der kompositorischen Komplexität ist hier einiges auszupacken. Allerdings kann man dieses einige auch sofort differenzieren und, ja, wenn man möchte, dann auch vollständig auseinanderhalten, denn die Romanteile, die Figurenentwicklungen, ja, die erzählerischen Passagen der USA-Trilogie können auch vollkommen selbstständig und unabhängig von zum Beispiel den Wochenschauen oder auch den Kameraaugen oder auch den Einzelkurzbiografien der amerikanischen Helden und Heldinnen betrachtet werden. Man kann von 1 beginnen und auf 1600 enden und auch dort wird eine kompositorische Kohärenz sichtbar. Man kann aber auch einfach ins Inhaltsverzeichnis gehen, sich eine beliebige Passage zu einer Biografie raussuchen und in Ruhe dort schmökern, ohne die Trilogie als ein Gesamtes lesen zu müssen. Und ich glaube, dass für ein so ambitioniertes Werk eine Möglichkeit für eine leichtere Herangehensweise sehr schlau ist. Wer historisch noch interessierter ist, findet in diesem Roman ebenso einen öppigen Anhang. Gerade auf die Wochenschauen bezogen, wo Zeitungsausschnitte und manchmal nur Schlagzeilen hintereinander aufgelistet werden, die eben dann chronologisch mit den Leben der fiktiven Figuren parallel verlaufen. Gerade an diesen Stellen sind etliche Fußnoten aufgezeichnet, die dann die entsprechenden historischen, wirtschaftlichen oder eben politischen Entwicklungen noch mal illustrieren, die Personen, die Jahreszahlen oder eben andere Begriffe, die hier mit Zusammenhängen erörtern. Diese sind aber auch wieder auf eine sehr nutzerfreundliche Art und Weise in den hinteren Teil der Trilogie gepackt, so dass diejenigen, die sich die Geschichte erst mal ohne Ergänzungen aneignen möchten, auch diese Option durchaus haben. Inhaltlich ist die USA-Trilogie schon grundsätzlich als ein großes Projekt zu bezeichnen, da einige von den ProtagonistInnen die Romangrenzen auch überschreiten. Der erste Teil, der 42. Breitengrad, übrigens ein Breitengrad, auf dem sich zum Beispiel die Städte Boston, Detroit und Chicago befinden, dient sozusagen als Exposition, ja, er geht rein in diese amerikanischen Träume, die eigentlich die ganz herkömmlichen Träume einer jeden Person sind, die gerade mal ins Leben tritt und einfach einen eigenen Bereich im Leben haben möchte, sei es denn hinsichtlich einer professionellen Schwelle oder auch Zuneigung und Liebe die diversesten Träume sprechen die Protagonisten und ProtagonistInnen hier aus. Ob es ihnen tatsächlich gelingt, diese Träume zu verwirklichen, welche Kriterien und welche Käfige sie dabei einsperren und zurückhalten und warum sie eventuell auch sich selbst in die Quere kommen. Das wird alles in den erzählerischen Kapiteln ausgeführt. Auch ganz interessant ist, dass es zu Beginn so erscheint, als ob diese Figuren alle selbstständig ins Leben geworfen werden, sich alleine behaupten müssen und grundsätzlich auch nichts miteinander zu tun haben, da das Erzählmilieu ja generell ein gestückeltes, ein fragmentiertes, ein szenisches ist. Desto interessanter und ja befriedigender ist es dann in den Momenten, wenn man merkt, hier ist ja doch kompositorisch tiefer gegriffen worden. Diese Menschen hängen schließlich auf die eine oder andere Art alle miteinander zusammen und das ist eben auch wirklich faszinierend, da Dos Passos sich für die einzelne Figurenentwicklung ja so schablonenhaft sie auch manchmal aussehen mag, sehr viel individualistische Aspekte rausgesucht und verfeinert hat, die dann die einzelnen Figuren charakterisieren. Um inhaltlich weiter zu blicken, behandelt der zweite Teil 1919 vorrangig die Zeit während des Ersten Weltkriegs und thematisiert das Leben der US-amerikanischen Soldaten in den Pariser Milieus, ja, weniger auf der Front, an der Front, als nach der Front, neben der Front und auch eher in Spelunken, eher versuchend, dem Krieg nicht aus dem Weg zu gehen, aber den Krieg, ohne im Krieg zu sein, zu bewältigen, denn die Parole, die sich die meisten Figuren in diesem Buch teilen, lautet, den Krieg haben wir überlebt, aber der Frieden wird uns fertig machen. Dieser Teil dient irgendwie grundsätzlich als Zwischenstück, der dann wieder Teil 1 und Teil 3 vereint, denn ist es ja auch nun mal so, dass die hauptsächliche Tätigkeit im Krieg, das Warten ist, die Bewegung von Punkt A zu Punkt B, immer wieder die Gefahr im Hintergrund lauern, sehend und doch irgendwie fernabbleibend, trotzdem nicht nach Hause dürfend und dann irgendwie in Einsamkeit vergehend, obwohl unglaublich viel passiert in diesen Menschenleben. Ja, irgendwie in der Schwebe ist das zweite Buch, obwohl auch viele wirtschaftliche und soziopolitische Änderungen in den US-amerikanischen Staaten thematisiert werden, aber nachdem man den 42. Breitegrad gelesen und erlebt hat, dann ist man irgendwie in Erwartung dessen, dass die Figuren dann eben wieder in ihre Heimat zurückkehren. Ja, doch ist man schon von Teil 1 so an sie gebunden, obwohl man doch nicht mehr alle Figuren aus dem ersten Teil wieder trifft. Im dritten Teil Das große Geld geht's dann um den Wirtschaftsboom, um die Spekulationen auf dem Aktienmarkt und gleichzeitig um die illusorische Manier in Hollywood. Ja, die Filmbranche blüht ebenso auf wie Wall Street und daraus resultierend sind die Figuren dann eben auch jetzt insofern andere, dass sie sich eher in Großstädten bewegen und andere Prioritäten gewonnen haben. Sie möchten ja, das große Geld, denn der amerikanische Traum hat sich bis zum dritten Teil schon maßgeblich geändert. Insofern haben sich auch die Figuren geändert, die von der Front zurückkehren und ja, gegebenenfalls in einer bestimmten Branche Erfolg finden könnten. Jedoch haben sie einige Schwierigkeiten damit, sich wieder im normalen Leben zu fassen. Zeitgleich wird noch die Arbeiterbewegung und es werden noch die Streiks thematisiert. Es wird immer wieder Gewalt, es werden Auseinandersetzungen und ideologische Konflikte thematisiert. Selbstverständlich gab es diese auch im ersten Teil, es gab diese ganz offensichtlich auch im zweiten Teil, aber es ist dennoch unglaublich interessant zu finden, wie die Ursachen, die Hintergründe und die Wechselwirkungen dieser Konflikte sich ändern, obwohl die Teilnehmenden eigentlich irgendwie immer die gleichen zu sein scheinen. Zusammenfassend kann man definitiv sagen, dass die USA-Trilogie nicht nur als Trilogie, sondern tatsächlich als USA- Anthologie bezeichnet werden könnte, denn Dos Passos zeichnet hier ein ungemein ambitioniertes Landschaftsporträt mit allen Facetten und Farben, die man sich in Punkto Menschlichkeit, Kulturhistorie, Sozioökonomie, Politik, Wirtschaft habe ich schon Kulturhistorie gesagt, vorstellen könnte. Hier werden allerlei Menschen, allerlei Begegnungen, alle Art historische Ereignisse und allerlei psychologische Strukturen ausgelebt. Die einzige Kritik, die man hier aussprechen könnte, ist, dass dieser Roman eben seiner Zeit entspricht. Dementsprechend sind natürlich bestimmte Männer- und Frauen-Klischees zu beobachten, es sind bestimmte misogyne und sexistische Positionen, auch Ausländerfeindlichkeit und ja nun für einen modernen Leser regressive Positionen, regressive Ideologien und grundsätzlich auch marginalisierte Gruppen verurteilende Positionen, Ausdrucksweisen und Dialoge auffindbar. Weder Diversität noch Objektivität noch wahre reine Seelen oder ja Naivität ist in diesen Büchern nicht zu finden. Insofern muss man schon vorab im Klaren sein, dass es sich hier eher um eine kulturpessimistische, ja eine sozialkritische Abhandlung mit dem eigenen Land handelt. Doch genau darin lag für mich persönlich auch das Faszinierende an der USA-Trilogie. So allgemein menschlich diese Geschichten sind, so sehr dann als Kontrastbeispiele die herausragenden Individuen stilisiert werden, so knallhart und faktisch dann zwischendurch die Ausschnitte aus Zeitungen und die schwenkenden Kameraaugen eingewoben sind. So sehr zeigt sich das Amerika von John Dos Pastos wie ein reichhaltiger Spiegel, in dem ein jeder blickend sich wiederfinden kann, sich aber eventuell gar nicht wiederfinden möchte. Der Klappentext der USA-Trilogie verspricht eine Lektüre, die nur in Superlativen beschrieben werden kann. Ich betrachte Klappentexte meistens mit einer großen Skepsis, doch in diesem Fall kann ich bestätigen, dass mit diesem Versprechen an keiner einzigen Stelle übertrieben worden ist. Sicherlich braucht man Ausdauer, Geduld, Neugier und eine Vorliebe für dicke Bücher, denn dick ist diese Trilogie. Ein wenig historisches Interesse sollte man bei der Lektüre auch mitbringen und wenn man gerne die vier CD-Box von Billy Joel von Anfang bis Ende hört, dann wird diese Trilogie ein Genuss ohne gleichen werden. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du mir einen Daumen hoch schenkst. Wenn du dich für Bücher und literarischen Content interessierst, dann lohnt es sich auf jeden Fall diesen Kanal zu abonnieren. Die Volltexte meiner Buchrezensionen findest du auf meiner Blogseite und ebenso kannst du mir auf Instagram folgen, wenn dich Kurzrezensionen und ästhetische Buchfotos interessieren. Ich danke dir fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten literarischen Abenteuer. sch sch Vielen Dank.